Heute geht es um die Top 7 Spiele, die ich mir auf der UK Games Expo angeschaut habe. Auf geht's! Ja, ich war vor einigen Tagen ja auf der UK Games Expo 2024 in Birmingham. Einen kleinen Rundgang habe ich euch ja schon wiedergegeben hier in dem Video und heute möchte ich euch die Top 7 Spiele vorstellen, die ich mir dort angeguckt habe und auf die ich mich extrem freue. Diese Spiele werden richtig geil, sage ich euch. Auf Platz 7 möchte ich euch Terminus kurz vorstellen. Terminus ist ein Eurogame, bei dem es darum geht, Bahnstrecken in einer Stadt zu bauen und ja, möglichst effektiv Stationen zu bauen, seine Bahnstrecken durch verschiedene Distrikte zu führen und dann natürlich die meisten Siegpunkte zu erlangen. Und das Ganze ist von Inside Up Games, wird dann auch auf Deutsch bei Skellig Games demnächst erscheinen und ich habe mir auf der UK Games Expo 2024 nun endlich mal ein finales Exemplar angucken können, wie es dann auch mit den Komponenten am Ende aussieht. Ich hatte hier schon einen Prototypen, ich habe auch schon eine Regelerklärung abgedreht und ein kleines Review, was dann online kommt, wenn das Spiel quasi vorbestellbar ist oder wenn es kurz vor Veröffentlichung ist, damit ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen könnt. Und ich war begeistert, wie viel das Spiel jetzt quasi noch durchlebt hat, wie viel Änderungen es noch gegeben hat von den Komponenten und so. Sieht wirklich klasse aus mittlerweile. Das Spielprinzip ist relativ cool. Es gibt einen Rondellmechanismus. Dieses Rondell, ja, beherbergt quasi verschiedene Aktionen und wir können immer mit unserem Spielstein so weit gehen, wie wir wollen, um dann dort eine Aktion zu machen. Und wenn wir das Rondell durchhaben, müssen wir erstmal warten, bis die anderen das Rondell auch durchlaufen haben. Und so geht es ein bisschen darum, in diesem Rondelldurchläufen möglichst effektiven Weg zu finden, seine Bahnstrecken ja vorzubereiten, also Ressourcen sich dafür zu holen, auch die einzelnen Schienen sich zu holen und dann im richtigen Moment ja die Distrikte mit solchen Bonusplättchen auszubauen, dann seine Bahnstrecken natürlich zu bauen, um Zielkarten zu erfüllen. Und ja, es ist ein wirklich hartes Eurogame, was tatsächlich relativ wenig verzeiht. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit Pipeline, was auch ja relativ hart ist, wenn man da so in den ersten Zügen einen Fehler macht, dann, ja, dann ist man relativ weit hinten. Also das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Das wird grandios. Ich hoffe, dass es dann in Essen schon verfügbar sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Auf Platz 6 möchte ich euch ganz kurz von Rebirth erzählen. Rebirth ist ein neues reiner Knizia-Plättchenlegespiel. Es gab auch einen Kickstarter vor geraumer Zeit. In diesen Kickstarter bin ich auch eingestiegen, aber ich konnte das Spiel jetzt schon auf der UK Games Expo 2024 spielen. Wir haben einige Runden gezockt und ich muss sagen, wow, ich bin echt begeistert. Dieses Spiel ist ein doch etwas seichteres Spiel, beziehungsweise es ist ein sehr, ja, es ist ein schönes Einsteigerspiel. So würde ich es, glaube ich, nennen. Wir haben ein Plättchenlegespiel, bei dem wir eine große Weltkarte haben. Oder, ja, es ist keine Weltkarte, eine Gebietskarte mit ganz vielen Hexplättchen, die wir, ja, oder Feldern, die wir mit Hexplättchen bestücken können. Und dann geht es darum, dass wir, ja, auf die einzelnen Felder unsere Hexplättchen legen, um dort dann Städte zu claimen, um dort, ja, verschiedene Wege uns zu bauen. Und, ja, man muss dann so ein bisschen schauen, dass man aus seinem, also jeder hat so quasi so einen Vorrat an Hexplättchen, so einen zufälligen wie bei, ja, Carcassonne im Grunde genommen. Nur, dass man nicht aus einem gemeinsamen Beutel seine Plättchen zieht, sondern dass man, ja, aus seinem zufälligen eigenen Fundus Plättchen zieht. Und dann muss man überlegen, was man dann am besten mit diesen Plättchen anfängt und, ja, wie man dann quasi die Vorherrschaft in diesen einzelnen Gebieten bekommt. Und es ist relativ zügig gespielt, muss ich sagen. Es gibt relativ, ja, knifflige Entscheidungen, die man treffen muss, weil wir, ja, teilweise irgendwie entscheiden müssen, ja, überlassen wir dem einen die Mehrheiten, vielleicht bei dieser Burg. Wie kann ich eigentlich genau am besten punkten? Es gibt so eine, ja, so Punktemechanismen, bei denen ich möglichst viele zusammenhängende Plättchen irgendwie haben möchte. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich bestimmte Gebiete nicht vernachlässige. Ich muss auf meine Zielkarten achten und dann vielleicht auch in bestimmten Gebieten besonders viele Plättchen zu haben. Also ein sehr schönes Plättchen-Legespiel, was nicht zu kompliziert ist, was aber unglaublich schön aussieht. Ich finde, es sieht, wenn man das so auch zum Beispiel mit Carcassonne vergleicht, was ja auch ein Plättchen-Legespiel ist, boah, ist das hübsch. Und dann hat das auch noch so coole, hübsche kleine Gebäude, die man da aufstellen kann, so kleine Castles. Ja, richtig tolles Ding. Ein bisschen seichter, wie gesagt, als ich es mir vorgestellt hatte, als ich es gebackt habe. Ich dachte, es wäre ein bisschen pompöser, aber es ist tatsächlich ein schönes Ding, bei dem ich mich auch freue, dass es sicherlich dann auch irgendwann im Retail verfügbar sein wird. Und nicht nur bei Kickstarter. Also ich gehe stark davon aus, dass wir das in Essen dann vielleicht auch schon kaufen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und freue mich jetzt schon auf die erste richtige Partie. Auf Platz 5 habe ich Ada's Dream gesetzt. Ada's Dream ist ein neues Spiel von Ellie Cat Games und bei Ellie Cat Games, wenn mein Kanal verfolgt, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Das ist immer so eine kleine Wundertüte für mich. Manche Spiele mag ich wirklich sehr gerne, aber es waren auch schon ein paar Flops dabei. Und bei Ada's Dream hoffe ich, dass Ellie Cat mal wieder so einen richtig geilen Knaller raushaut. Ich konnte es nicht selber anspielen, ich habe es mir aber erklären lassen, habe es mir genau angeguckt und es ist ein wirklich sehr schönes Dice-Drafting-Spiel. Das Ganze spielt ja in so einer alternativen Realität, möchte man sagen. Ada, das war eine Mathematikerin, eine englische, ich glaube eine aus Großbritannien, die quasi als die erste Frau gilt, die ein Computerprogramm erstellt hat. Natürlich nicht so ein Computerprogramm, wie wir es jetzt bei uns im herkömmlichen Sinne ja kennen, aber ja quasi mehr als eine Taschenrechner-Operation, die sie quasi erfunden hat. Also sie gilt so ein bisschen als Vorreiterin der Computerprogramme. Und beim Dice-Drafting geht es darum, dass wir ja auf so einem Rondell auch wieder, auf dem verschiedene Würfel liegen, Würfel bewegen können und dann können wir mit diesem Würfel, den wir bewegen, andere Würfel rauskicken und diese Würfel können wir dann nutzen, um verschiedene Aktionen zu machen. Und da kommt eigentlich erstmal nur die Farbe des Würfels ins Spiel, denn die Farbe des Würfels bestimmt, welche von den unterschiedlich farbigen Aktionen wir machen. Das sind quasi, ja, das sind so drei, vier verschiedene Bereiche auf dem Spielbrett. Und dann gibt es noch solche Handkarten, acht an der Zahl, die wir ausspielen können und da kommt dann die Zahl des Würfels ins Spiel. Da wollen wir, ja, vielleicht einen niedrigen Würfel haben, weil wir nicht so viel zahlen wollen für eine Karte. Für manche Karten wollen wir aber auch einen hohen Würfel haben, weil die Aktion dann besonders stark wird. Und dann gibt es noch einen sehr coolen Mechanismus. Wir haben so ein Playerboard, quasi wie so eine Rechenoperation. Auf dieses Playerboard legen wir dann diese Würfel, die wir im Laufe des Spiels gedraftet haben, gezogen haben. An neun sind das pro Partie. Und dann müssen wir diese Würfel möglichst geschickt auch platzieren und dann Rechenoperatoren zwischen diese Würfel liegen, sodass wir am Ende dann dadurch Punkte bekommen. Also es kann dann sein, dass ich zum Beispiel eine 6 irgendwo oben links habe, dann habe ich ein Minuszeichen. Dann möchte ich natürlich danach einen möglichst kleinen Würfel legen. Also auch da ist die Augenzahl dann des Würfels entscheidend. Ja, dann können wir uns noch so einige Boni holen. Es gibt so kleine Lochkarten, das ist auch ziemlich cool, die man auf sein Tableau checken kann. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich riesig, das mal anzuspielen und dann auszuprobieren. Ich hoffe, dass die Aktionen einigermaßen auch interessant sind und dass das Spiel tatsächlich nicht nur von diesem Playerboard lebt. Aber ja, ich bin extremst gehypt auf Ada's Dream. Kommen wir zu Platz 4. Und auf Platz 4 habe ich ein Spiel gesetzt, was ich auch mir sehr genau angeguckt habe. Ich habe es mir erklären lassen. Leider gab es nur einen Tisch, auf dem man das richtig gut spielen konnte. Oder einen zweiten später, glaube ich, auch noch. Und es war so unendlich voll. Deswegen habe ich es nicht selber angespielt. Aber ich habe mir das wirklich sehr ausführlich an dem Stand vorne erklären lassen. Und zwar Seti. Seti ist der neue Czech Games Edition Titel, der auch sicher dann bei Heidelberg Games auf Deutsch auf der Messe 2024 in Essen erscheinen wird, auf das Spiel. Und es sieht unglaublich geil aus, muss man sagen. Dafür, dass es so ein krudes Thema ist eigentlich. Ich dachte halt, als ich das von diesem Thema gehört hatte mit Seti. Also ich bin ja auch ein bisschen Kind der 90er. Und damals konnte man an diesem Seti-Programm ja teilnehmen, um quasi nach Außerirdischen im Weltraum mitzuforschen. Dann hat man seine Rechenleistung irgendwie ein bisschen zur Verfügung gestellt. Ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat oder ob das überhaupt ein Fake war. Oder weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall diese Suche nach Außerirdischen. Darum geht es im Grunde genommen. Und ja, es ist ein sehr krudes Thema. Wie soll man das irgendwie in einem Brettspiel verpacken, dass es auch noch cool aussieht. Und Czech Games hat da, glaube ich, was richtig Geiles auf die Beine gestellt, muss man sagen. Ja, also, erst mal haben wir so ein riesiges Board in der Mitte mit so einer richtig coolen, ja, Kugel, so eine Sonne. Ich glaube, es soll eine Sonne sein, die man auch noch ganz geil beleuchten kann von unten. Wenn man noch eine kleine Lampe da unten reinmacht, dann sieht das alles schon mal richtig fett aus. Und das Board sieht auch einfach top aus. Also, es sieht clean aus, es ist super schön gestaltet. Da muss ich sagen, einfach Hut ab für das Artwork, was dieses krude Thema einfach schon mal so richtig lebendig macht. Aber auch tatsächlich, es bleibt übersichtlich, obwohl es so lebendig ist. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, nach diesen außerirdischen Zivilisationen zu forschen. Wir haben ja so ein Sonnensystem, wo wir Planeten von Planet zu Planet reisen können, um dort Informationen zu sammeln. Es gibt solche, ja, was sind das, so Ressourcen, die wir über... Oder sind das so DNA-Strengen? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Da können wir, es gibt so drei unterschiedliche, ja, Symbole, über die wir dann Informationen sammeln können. Und dann kann man auch irgendwann, ja, die erste Alien-Rasse erforschen, die dann so ein bisschen das Spielende auch einläutet. Und insgesamt ist es ein, ja, ich glaube, es ist ein Action-Selection-Spiel. Bin ich mir relativ sicher, ja. Müsste ein Action-Selection-Spiel sein. Und, ja, einfach cool. Es gibt so auch noch so richtig coole Karten, die man ausspielen kann. Ähm, man kann halt, klar, wieder Standards zur Verbesserung ausspielen. Instant-Sachen, permanente Effekte und so. Also, ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass das nochmal so ein richtiger Top-Titel von Czech Games wird. Tatsächlich habe ich mich ein bisschen gewundert, dass Kotner Ora ja nicht so super angekommen ist, zumindest bei allen. Und mit DT haben sie, glaube ich, nochmal, ja, auf jeden Fall diese Triple-A-Titel auf der Messe ist für mich jetzt schon ein Must-Have. Laut der drei habe ich nochmal einen Kracher gesetzt. Ich habe mir Lucia angeguckt. Lucia ist ein neues Spiel von Patterson Games. Patterson Games, die auch Distilled gemacht haben. Und Lucia bedeutet so viel wie Geigenbauer. Da war ich, musste ich mich auch erstmal schlau machen. Ähm, wusste nicht, wie man das ausspricht. Ich wusste nicht, was es heißt. Ich wusste nicht, was man da macht. Aber jetzt bin ich soweit, äh, so schlau. Wir haben eine Runde gespielt, auch Lucia. Und Lucia ist auch wieder ein sehr interessantes, ja, Worker-Placement-Spiel. Wir haben Worker, die unterschiedliche Stärken haben. Das sind quasi solche Scheiben mit Nummern drauf. Und dann gibt es quasi eine Phase, bei der wir entscheiden müssen, in welche Sektion wir Worker einsetzen. Aber diese Worker werden alle verdeckt eingesetzt. Wir können dann sagen, okay, ich möchte, ähm, also es geht darum, Musikinstrumente herzustellen und diese dann vielleicht auch, ähm, ja, auf, auf, auf dem, auf einem Konzert einzusetzen. Da gibt es dann so einen Konzertsaal, wo man seine Instrumente platzieren kann. Man muss die aber, ja, man muss die in so mehreren Stufen herstellen. Also man holt sich erstmal quasi die Idee dafür, dann, äh, macht man irgendwie das Grundding und dann muss man die noch irgendwie aufwerten, diese Musikinstrumente. Und dann, ja, bei diesen ganzen Workern gibt es so eine Phase, wo wir diese Worker setzen und dann werden diese Worker aufgedeckt. Und je nachdem, wer welchen Worker in welcher Stärke wohin gesetzt hat, bekommt dann bei den unterschiedlichen Aktionen Priorität. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, okay, ich muss, bei der und der Aktion möchte ich die und die Karte, die möchte ich unbedingt haben, weil die passt jetzt genau zu den Ressourcen, die ich habe. Ähm, ich muss da irgendwie einen super starken Worker hinsetzen, damit ich da safe auch als erstes dran bin. Und bei der und der Aktion, ja, weiß ich nicht, ist, ob ich, egal, kann ich eigentlich machen, was ich will, so, da habe ich so viele Möglichkeiten, da wird mir keiner was wegnehmen, dann muss ich da den Worker hinsetzen. Und das finde ich einfach eine, einfach eine sehr clevere Worker-Placement-Mechanik. Und es ist nicht so dieses langweilige, ich bin dran und setze irgendwo meinen Worker, sondern ich muss tatsächlich meinen kompletten Zug im Grunde genommen während dieser Worker-Placement-Phase schon planen. Aber die Worker-Placement-Ausführung oder die Ausführung der Aktion mache ich dann eigentlich erst später, wenn ich dann wirklich dran bin. Ganz, ganz toll, es sieht auch ganz toll aus. Es gibt so Patronen, die wir, ja, die uns, ja, unterstützen, diese, diese, unsere Musikinstrumente herzustellen. Das sind alles ganz tolle Zeichnungen, ist alles wirklich sehr liebevoll gemacht. Auch das Playerboard ist ganz toll gemacht. Ähm, auch super organisiert. Also grandios. Das ist einfach, ich, ich habe ja das Tilt geliebt und ich liebe es immer noch, das Tilt-Spiel ich wirklich sehr gerne. Und ich freue mich, dass Peverson Games jetzt wieder so einen Top-Titel, so ein heißes Eisen im Feuer hat, was auch, ja, ich weiß gar nicht, wann das kommt. Und ich glaube, es wird ein Kickstarter, der jetzt demnächst startet. Das heißt, wahrscheinlich können wir dieses Jahr noch nicht mit dem Spiel rechnen. Aber, ja, also wenn, wenn alles gut läuft, vielleicht wird es dieses Jahr noch ausgeliefert. Ich hoffe es einfach so sehr, weil ich richtig Bock habe auf Lucia. Kommen wir zu Platz 2. Und auf Platz 2 habe ich ein Deduktionsspiel. Jetzt nicht abschalten, nicht abschalten. Ich weiß, ihr wisst, ihr mögt alle nicht so gerne Deduktionsspiele, aber dieses Deduktionsspiel ist wirklich toll. Das Ding kommt demnächst bei Pegasus-Spielern auch auf Deutsch und zwar geht es um Cryptologic. Bei Cryptologic haben wir im Grunde genommen ein Cluedo in Cool, muss man einfach sagen. Es geht darum, dass wir, ja, es wurde eine Party geschmissen und ist jemand gestorben, so ähnlich auch wie bei unangenehme Gäste. Und dann geht es darum, ja, zu deduzieren, wer denn eigentlich der Täter war und in welchem Raum er umgebracht wurde, der gestorben ist. Und das funktioniert relativ einfach, denn, ja, wir haben alle so einen Sichtschirm mit so einem kleinen Zettel hinter uns. Am Anfang wird dann quasi gesagt, okay, ja, der und der ist gestorben. Und dann können wir einzelne Personen befragen oder zu einzelnen Räumen etwas erfragen zu bestimmten Zeitpunkten. Denn es ist so, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Runden. Das ist quasi dann die Tageszeit, die da voranschreitet. Und wir wissen immer, dass jede Person sich von einer Stunde auf die nächste Stunde immer in einen angrenzenden Raum bewegt. Das heißt, Leute können nicht stehen bleiben. Und so geht es dann darum, möglichst clever in cleveren Kombinationen zu fragen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich möchte irgendwie zu Uhrzeit 12 Uhr, möchte ich irgendwas zum Musikzimmer wissen. Und dann sagt er mir, wie viele Leute da vielleicht drin waren. Das ist dann vielleicht auch eine öffentliche Information. Also man gibt auch immer öffentliche Informationen preis, aber es gibt dann immer noch Zusatzinformationen, die nur für einen selber sind. Das heißt, man muss auch ein bisschen schauen, dass man vielleicht Sachen fragt, bei denen man weiß, dass die anderen das vielleicht schon wissen. Man selber aber vielleicht nicht. Dann hat man besonders viel davon, von diesen Informationen. Und man muss halt schauen, dass man ja nicht irgendwelche Sachen fragt, die einem irgendwie nicht weiterhelfen. Das, ja gut, das versteht sich tatsächlich von selbst. Und ja, dann geht es darum, ja, sich einen Reim darauf zu bilden, wer, wann, in welchem Raum, mit wem war, wohin ist er gegangen, wie viele waren da. Und ja, das ist, that's it. Also das ist halt wirklich Deduktion, auch in sehr purer Form. Das ist nicht zu kompliziert. Das ist wirklich ein, also kann man relativ schnell rein. Kriegererklärung dauert fünf Minuten. Wir haben eine komplette Runde gezockt. Richtig cooles Teil, da freue ich mich mega drauf. Und das werdet ihr hier auf meinem Kanal auch definitiv nochmal wiedersehen. Das werde ich mir definitiv besorgen, wenn das dann bei Pegasus Spiele erschienen ist. Und dann kommen wir zu meiner absoluten Top 1. Dieses Spiel, nämlich Lightspeed Arena, hat mich vom Hocker gehauen, muss man einfach sagen. Ich hatte es schon vor der UK Games Expo damit geliebäugelt, in den Kickstarter dazu einzusteigen. Und dann habe ich es auf der UK Games Expo gespielt und dann bin ich eingestiegen. Und ich freue mich wie Bolle, wenn das Spiel dann endlich mal da ist. Bei Lightspeed Arena haben wir ein Spiel, was ich mit keinem anderen Spiel, glaube ich, vergleichen kann. Es ist einfach einzigartig, würde ich sagen. Es geht darum, dass wir Raumschiffe haben, oder es sind eigentlich Weltraumbasen, möchte man sagen, im Weltraum. Das sind einfach so Plättchen, die wir auf den Tisch legen. Und dann haben wir einen Stapel von Raumschiffen oder auch so Satelliten, auf jeden Fall irgendwelche Dinge, die im Weltraum schweben und die mit Lasern schießen können. Und das bedeutet, es ist immer eine Abbildung mit so einem Raumschiff. Und der schießt immer in bestimmte Richtungen dann auf dem Plättchen, hat er so einen Laserstrahl. Und nun ist es so, dass das Spiel in Echtzeit gespielt wird. Man startet einen Counter, einen Countdown. Und dann müssen alle zehn Sekunden, muss man ein Plättchen, was man dann zieht, von seinem Stapel, auf die Tischmitte legen. Und dann muss man das so platzieren, dass das natürlich möglichst die gegnerischen Raumschiffe und die gegnerischen Basen trifft und nicht seine eigenen Basen. Also wenn ich sozusagen mit dem Laser irgendwo hinziehen würde, der da auf diesem Plättchen zu sehen ist, dann und ich die Linie weiterverfolge, dann möchte ich, dass der tatsächlich einfach ein gegnerisches Raumschiff trifft. Dann gibt es noch Raumschiffe, die haben noch Schilder. Es gibt noch solche Gimmick-Karten. Also es gibt so Asteroiden, die man treffen kann. Und dann kommen so Special Effects irgendwie. Dann dreht sich vielleicht irgendwie was und trifft irgendwas zufällig. Oder man schießt irgendwie durch. Es gibt noch so Spezialeffekte insgesamt. Und wenn man das dann gemacht hat, da kann man sich auch aussuchen, ob man ein langes Spiel oder ein kurzes Spiel macht mit der Anzahl der Plättchen, die man dann legt. Und man muss wirklich aufpassen. Zehn Sekunden klingt echt super lang. Ich dachte auch so, ja, zehn Sekunden ist ja richtig langweilig. Da kann ich ja voll lange überlegen, wo ich das hinsetze. Aber nein, das geht so schnell. Es ist super stressig und es ist super lustig, weil man dann versucht, das noch auszurichten. Und dann sieht man, wie der andere dahin was hinlegt. Und dann muss man aber wirklich schauen, immer wenn dann quasi dieser Piepton erscheinen, muss ein bisschen die Hände weg und dann liegt das Plättchen so, wie es liegt. Und wenn alles gelegt worden ist, dann nimmt man einfach ein Tablet oder auch ein Telefon. Großer Bildschirm wäre halt einfach ein bisschen cooler, weil man ein bisschen mehr sehen kann. Dann hält man das über den Tisch. Dann macht man quasi ein Foto. Und die App, die man dann gestartet hat, die erkennt alle Plättchen und deren Ausrichtung. Und dann sagt einem, ja, passt. Und dann legt man das an die Tischmitte, dann drückt man Play und dann wird das Ganze ausgewertet Schritt für Schritt. Denn diese Raumschiffe, die man legt, die werden auch noch in unterschiedlicher, also die haben noch eine unterschiedliche Priorität. Das heißt, die werden auch in unterschiedlicher Reihenfolge abgehandelt. Das heißt, ja, habe ich vielleicht irgendwie ein Raumschiff gelegt, was richtig cool zielen kann, aber jemand anders hat es vorher zerstört. Ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Und ja, dann wird das abgehandelt. Und man sieht ganz genau, quasi genauso, wie man das gelegt hat, in der App dann, wo die Laserstrahlen hintreffen, wer wie viele Punkte gemacht hat, für welche Sachen zerstört worden sind. Und mega. Also, ne, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, mit diesen 15 oder 20 Plättchen spielt, dann a 10 Sekunden. Das dauert dann halt einfach 200 Sekunden so. Das ist halt nichts. Da kann man super schnell runterzocken. Also, für mich das Absacker-Spiel des Jahrhunderts, muss ich wirklich sagen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das Ganze wird von zwei Italienern gemacht, die irgendwie nach Wien ausgewandert sind, um ihren PhD zu machen. Und dann haben sie sich irgendwie beschlossen, da ein Brettspiel irgendwie zu erstellen. Und super nette Jungs, habe ich auch super nett mit denen unterhalten. Die sind auch auf jeden Fall in Essen vor Ort. Also, geht auf jeden Fall mal an den Stand vorbei und unterhaltet euch ein bisschen mit denen und plaudert mal ein bisschen, zockt ein bisschen das Game. Und ja, also, Lightspeed Arena. Ich bin Feuer und Flamme. Und ich freue mich auf dieses Megaspiel. Das waren meine Top 7 Spiele von der UK Games Expo 2024. Ihr seht, da kommt so einiges auf uns zu. Da werden noch richtig viele geile Titel erscheinen. Es nimmt einfach kein Ende an guten Spielen. Und damit ihr keins von diesen ganz guten Spielen verpasst, würde ich euch empfehlen, hier den Kanal zu abonnieren. Gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Macht die Glocke an, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, so verpasst ihr kein weiteres cooles Video mehr. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte hier zwei Vorschläge. Hier oben ein Gespielt-Video aus den letzten Tagen und Wochen. Da stelle ich immer sieben Spiele vor und erzähle so ein bisschen, wie sie mir gefallen haben. Das sind alles Spiele, die ich kürzlich erst gespielt habe. Neu und alt. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist da was dabei für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao. Ciao.